Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich bin euer Jigsaw und wir spielen heute wieder Bloodstrike mit der neuen Map Shutter Island, die Gegenpart zu Rebirth Island. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay, bis zum Ende, dann hören wir uns nochmal. Let's go! The safe zone is shifting. Enemy hit! I'm taking hits! 1 Taking Hits! The Safe Zone is Shifting! Protection Barrier up and running! Arms Eliminated! Taking Fire! Enemy Hits! I'm down! I'm down! So, I will be very happy! So, I'm down. I'm down! I'm down! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The safe zone is shifting. Enemy hit! Enemy squad wiped out! Enemy squad wiped out! Take your hits! The safe zone has been redefined. The safe zone has been redefined. osbis war es wieder mit dem kleinen aber fine video zu bloodstrike und shadow island. Ich hoffe ihr hattet viel spaß damit und wenn ja lasst doch gerne mir ein daumchen nach oben da und ein kommentar. Zum Beispiel, wie ihr Bloodjack findet und was ihr euch gerne doch dafür wünschen würdet. In diesem Sinne, euer Jigsaw, bis zum nächsten Mal.